Paris 1789. Die französische Revolution verwandelt eine einst prächtige Stadt in einen Ort des Schreckens und des Chaos. In diesen finsteren Tagen der Geschichte müssen sich die Assassinen neu formieren und gemeinsam für das Credo und die Freiheit streiten. Es ist Zeit, sich zu vereinen. Mit der Vorbestellung von Assassins Creed Unity erhältst du die Möglichkeit, zusammen mit deinen Freunden eine Bruderschaft zu gründen und exklusive Belohnungen freizuschalten, die dich im Kampf um die Freiheit unterstützen. Gehe auf assassinscreed.com slash vereint unterstrich euch und melde dich mit deinem bestehenden Uplay-Konto an oder erstelle ein neues. Gründe dann deine eigene Bruderschaft, tritt der eines Freundes bei oder schließe dich einer anderen Bruderschaft an, um deine erste Belohnung zu erhalten. Den Säbel der Ehre, der nur von den besten Schwertfechtern verwendet wird. Nun ist es an der Zeit, deinen Vorbestellercode zu aktivieren, damit du deine zweite Belohnung erhältst. Das Panzerpaket, das eine tödliche Streitaxt sowie eine panzerbrechende Axt beinhaltet. Lade nun bis zu drei deiner Freunde über Facebook oder per E-Mail ein, deiner Bruderschaft beizutreten. Jedes Mal, wenn ein neuer Mitstreiter seinen Vorbestellercode aktiviert, erhältst du sowie jedes Mitglied eurer Bruderschaft eine neue Belohnung. Zuerst das Gardepaket mit der Hose der Nationalgarde und dem Rasiermesserspeer. Dann den Original-Soundtrack von Assassin's Creed Unity sowie das erste Kapitel des Comicbuches Der Untergang. Und wenn du ein viertes Mitglied gefunden hast, schaltet ihr die exklusive Zusatzmission Tödliche Wissenschaft frei, die ausschließlich vollständigen Bruderschaften vorbehalten ist. Zögere also nicht und bestelle jetzt Assassin's Creed Unity vor. Verbünde dich mit deinen Freunden und schalte exklusive Belohnungen frei, die dich und deine Bruderschaft in den Wirren der Revolution unterstützen. Vereint euch! 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 Vielen Dank.